Aber ich weiß ja, bei dir, du hast ja einen krasse Bewusstseinswandel durchgemacht. Ich meine, bei dir, Bro, fuck, was wir hier gelernt haben. Wann war das? Es war drei, dreieinhalb Jahre. Drei, dreieinhalb, vier Jahre. Drei, dreieinhalb Jahre, da kamst du zu mir. Wir haben miteinander eng zusammengearbeitet. Es war ein intensives Coaching. Es war ein schönes Coaching auch, weil eine Freundschaft daraus entstanden ist, weißt du. Habe ich so wirklich noch nie gehabt, so in diesem Umfang. Wir haben auch intensive Erfahrungen zusammen gemacht. Aber ich weiß noch, während unserer Zusammenarbeit ist so ein Bewusstseinswandel in dir passiert. Du hast dann auch deine Ernährung gestellt, ist jetzt pflanzlich, Körper hat sich verwandelt, deine Ausstrahlung. Viele Sachen haben sich verwandelt. Von 100 Kilo auf 85. Ja, genau. Viele Sachen haben sich verwandelt. Ja, Business auch bei dir können wir nachher eintauchen, die Beziehung mit deiner Frau und so weiter und so fort. Aber da gab es noch einen Wandel, so einen Bewusstseinsshift. Und das war wie damals bei mir, als ich einfach so gesehen habe, dieses Tierleid, ich kann das nicht mehr unterstützen. Ich wähle ja jeden Tag mit dem Geld, wohin das Geld fließt. Und dieses Tierleid, diese Massentierhaltung, ich möchte die nicht mehr unterstützen. Das war ja einer der Gründe, warum ich umgestiegen bin auf eine pflanzliche Ernährung. Und ja, auch jetzt beispielsweise haben wir jetzt Solarenergie. Das sind alles so Überlegungen, wie kann ich halt meinen CO2-Ausstoß reduzieren. Ja, plus minus. Das sind so Überlegungen, die ich mir dann gemacht habe. Und ich habe mir auch überlegt, so geht klasse, geiles Fahrzeug, aber fuck, ist verdammt viel CO2, was da rausgeht. Machst du dir solche Gedanken auch oder sagst du... Das ist eine sehr gute Frage. Apropos Benzin jetzt, weil die Preise hoch sind, also Volltank, 260, 270 Euro. Wow. Und das kostet viel Geld. Und du weißt ja, wo ich mit dem Bewusstsein angefangen habe, du warst ja eigentlich der Erste, der mich auf das Bewusstsein gebracht hat. Weißt du, mach dir bewusst, dass du bewusst wirst. Und durch diese Bewusstseins-Techniken habe ich ja zum ersten Mal aufgehört mit Zigaretten. Ja, stimmt. Die hast du mir beigebracht, wie ich die Zigaretten bewusst rauchen soll, dass ich sie aufnehme, daran rieche, einfach wahrnehme, was wir machen, wir rauchen ja unbewusst. Und dann habe ich gesagt, wow, krass. Ich habe nach einem Monat dann aufgehört. Weil ich habe so circa 15 Zigaretten geraucht und dann nach einer Woche wurden es sieben, dann fünf, dann drei, zwei. Und weil ich so bei einer war, habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Und dann waren die nächsten Themen, dann Alkohol und all die anderen Sachen. Das können wir dann auch später vielleicht reingehen, wie ich das gelöst habe. Aber allgemein hast du mir dort wirklich das Feld geöffnet. Und ich habe ja auch schon vor dir meditiert. Aber dann haben wir zusammen auch diese stille Meditation angeschaut. Und dann habe ich mir, das mit dem Veganismus war bei mir auch ein Prozess. Ich habe mich vor dir, habe ich mal versucht, vegan. Ob ich den Hype gesehen habe über vegan, habe ich gesagt, komm, ich probiere das auch mal. Aber die Lust war da. Also meine Kinder essen Steak. Wir hatten so eine Tradition damals, dass wir einmal die Woche in ein geiles Steakhouse gehen. Und dann T-Bone und all das Ganze, Wagyu-Beef. Und ich habe dann nicht sofort vegan gemacht, sondern ich habe gesagt, ich höre auf mit Fleisch. So wie Pescataria. Wo die Kinder das Fleisch gegessen haben, ich habe gesagt, okay, ich will nicht. Aber die Lust, die war da. Ich wollte da reinbeißen. Das war da. Und ich habe es immer noch verstanden. Das heißt, ich wollte eigentlich aufhören, aber nicht ohne zu verstehen, warum ich das eigentlich machen wollte. Weil mir so wie eine Mode erscheint. Ja, es war so wie von außen. Genau. Nicht von innen heraus. Genau, genau. Und dann habe ich ja den Weg langsam gemacht. Und dann kamst du. Und du warst ja schon länger Zeit, bist ja länger Zeit vegan. Und dann hast du mir geile Tipps gegeben. Du hast mir Erklärungen gegeben. Bei mir war der grösste Game Changer, oh fuck, wo ist was drin, wo ist Milch. Das war für mich schwieriger, als neue Firmen zu führen mit 200 Mitarbeitern. Weil ich werde dann nervös. Nervosität, weißt du. Ja, etwas Neues. Muss ich reinfuchsen, muss ich darüber informieren, was kannst du denn jetzt essen. Es ist immer so, wenn du in eine neue Welt kommst. Ich komme aus dem Balkan, aus Serbien. Also wir sind Fleischfresser. Bei uns bei jeder Veranstaltung. Lamm am Spieß, Schwein am Spieß. Mein Schwiegervater denkt immer noch, ich bin krank. Also weißt du, du kannst dort nicht bei jedem einfach sagen, ich bin vegan. Und denken die, bist du schwul, bist du krank, was ist mit dir los? Die verbinden, die assoziieren das dann. In Belgrad geht es zur Hauptstadt, Leute offen. Aber gehst du weiter in den Süden, dann kannst du nicht bringen. Also dort, ich habe mir jetzt auch gelernt, wie ich mit den Leuten umgehe. Dann sage ich einfach, ja, ich habe Blutwerte abgegeben. Der Arzt hat gesagt, ich darf kein Fleisch mehr essen. Oh, okay, super, geil. Also, dann beende ich das Gespräch. Menschen, die offen sind, dem erkläre ich halt die wahren Gründe. Was ich damit sagen will, ist, mit dem ganzen Bewusstsein bin ich immer tiefer und tiefer in diese Welt, Tierwelt reingegangen. Und auch durch deine Unterstützung, diesen Tipps. Und wo ich aber zum, ich wurde ja Pesketarier. Ich habe auch gehört mit Fleisch und Fisch gegessen. Und ja, ich nenne es jetzt mal meine Erleuchtung oder wie auch immer, wo ich dann mit der Tierwelt in Kontakt, in Berührung gekommen bin. Das war bei einer Zeremonie, die ich machen durfte. Was war das für eine Zeremonie? Eine Ayahuasca-Zeremonie. Ja. Und dort habe ich dann zum ersten Mal, bin ich in Kontakt mit der Tierwelt gekommen. Ich habe immer gewusst, dass Tiere Emotionen haben. Ist ja klar. Die lassen Tränen. Siehst du, ja. Das sieht man als Merk. In Afrika waren es noch die Elefanten, die am Weinen waren. Aber ich habe nicht verstanden, dass ein Tier eine Seele hat. Und bei dieser Ayahuasca-Zeremonie bin ich dann in die Tiere rein. Also ich habe auch Jesus dort gesehen. Und er war da mit diesen Tieren. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass es dieses Bibelbild gibt, wo er mit diesen Tieren einen Baum sitzt. Vielleicht war das bei mir irgendwo unbewusst. Aber ich habe gesehen und da habe ich mich so connected. Und das hat mir zu verstehen gegeben, dass diese Tiere eine Seele haben. Was hast du so wahrgenommen? Ich habe das richtig wahrgenommen. Ich habe auch wahrgenommen, dass es mir oder eigentlich vielen Menschen nicht gut tut. Vor allem auch die Massentierhaltung und alles. Dass wir einfach ohne Respekt, ohne Würde, ohne Demut die Tiere einfach schlachten und essen. Und da habe ich für mich entschlossen und habe gesagt, hey, jetzt aus Überzeugung, nein. So. Und dann wurde ich... Mega. Spannend, was du sagst. Genau, genau. Und auf deine Frage zurückzukommen wegen dem Auto. Ja. Klar, habe ich ab und zu... Überlege ich mir das. Aber mein Bewusstsein ist jetzt noch nicht auf das ausgerichtet. Ja, ja, klar. Ich gehe den Weg noch nicht, dass ich mir jetzt so krass beschäftige. Du weißt, ich habe Stiftungen. Ja. Ich unterstütze über 100 Familien. Und manchmal, klar, kommt sowas. Und dann denke ich mir, okay, in meiner Welt, ich verschmutze ein bisschen zu hart die Umwelt. Aber auf der anderen Seite helfe ich so vielen anderen Menschen und finde für mich dort, ehrlich gesagt, den Ausgleich. Das ist aber keine Ausrede. Ich habe mich, ehrlich gesagt, noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja, ja, ja. Nee, ich sage das auch gar nicht so in einer vorwurfsvollen Haltung, weißt du. Weil das siehst du immer wieder hier in Deutschland, Schweiz und überall auf der Welt, dass die Leute dann kommen und mit dem Finger auf dich zeigen. Weißt du, das finde ich, das macht gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn, weil wir alle haben irgendwo unsere Themen, sehen bestimmte Sachen nicht. Bestimmte Sachen sind für uns wichtig und bestimmte Sachen vielleicht noch nicht wichtig. Und du hast es so schön gesagt, als diese Transformation passiert ist, oder jetzt auch in der Ernährung, das war etwas von innen nach außen. Du hast für dich die Erfahrung gemacht. Klick. Und dann hat es bei dir Klick gemacht. Kann jemand von außen kommen und sagen, hey, das und das und das, schau dir das mal an. Ja, kannst du dir das anschauen, natürlich, aber es muss für dich von innen heraus kommen. Und dann ist es stark genug. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute sich irgendwelche Ziele setzen, aber dann diese Ziele gar nicht erreichen, weil es nicht die Ziele von innen sind, von innen heraus, sondern es kommt irgendwo von außen. Und dann fragen sie sich, warum komme ich meinen Zielen nicht mehr? Ja, weil es vielleicht gar nicht deine Ziele sind. Genau, deswegen bin ich auch den Weg lanzen gegangen, Peskatarier und dann Vegetarier zuerst und dann vegan. Weil ich wollte auch nicht so radikalen, weil ich wollte das verstehen. Es hat genau das gefehlt. Und genau das Krasse war eigentlich, genau, Peskatarier und dann Vegetarier. Und ich habe nie verstanden, du hast es mir zweimal jemals erklärt, ich habe das gelesen, warum keine Milch und warum keine Eier. Und das war die zweite Ayahuasca-Zeremonie dann, die ich gemacht habe. Und da bin ich dann wirklich in die Kuh rein. Ja, ja, okay. Das hört sich jetzt vielleicht, aber ich erzähle jetzt einfach. Ich bin in die Kuh rein und da habe ich gesehen, wie das Ganze schleimig verarbeitet wird. Und sie hat mir gesagt, hey, das ist nur für mein Baby. Und ihr seid die einzige Spezies, die sich die Frechheit nimmt, das einfach zu trinken. Das ist nicht für euch gemacht, das ist schädlich. Und dann war bei mir wieder Klick. Und das, was mit den Hühnern, das will ich jetzt nicht erzählen, das geht dann zu hart. Aber da war bei mir dann boom, okay, jetzt 100% vegan. Krass.